auf jeden fall hat das spiel sehr viele keykarten zu ausmalen jetzt kein freund von aber was ist kein freund von hey blaster nicht blaster plassen dass wir jetzt plötzlich wieder herkommt ich verstehe nicht ich verstehe wirklich nicht das sieht aus wie ein schalter den ich drücken kann ich konnte ihn aber nicht drücken ich hatte die ganze zeit Angst dass der da rauskommt und deswegen die granate nicht mehr schießen kann so ist halt nur jeder ich dachte dass wir jetzt diese ist das nicht hitscan und der gegner bewegt sich ein bisschen ist wieder äußerst unangenehm dieses level nehm ich doch gerne mit die tür geht nicht auf aber da ist ja noch eine tür das ist die vier ich bin auch nicht sicher ob man da hier schon hinkommen soll weil ich bin ja hier hoch geflogen eventuell soll man das nicht tun ich weiß es aber halt nicht aber ich habe die vier gut wir haben die vier das können die auch noch mal spielen steht das nicht irgendwie auf dem index oder so das geht zurück in den startraum ist das der startraum das ist nicht der startraum so sehe ich die waffen hier schon plötzlich waren sie da die penne die sind immer noch nicht tot willst du mich jetzt verarschen würdest du bitte mal gut suchen wir das noch mal wo kommen die denn her sag mal ja ernsthaft wo kommen die her die müssen irgendwo jetzt gleich spawnen ach da hinten ich lange schnacken raketen her nacken das ist die fünf wir haben die vier wir haben die fünf die drei das war nur so ein kleiner raum das ist glaube ich der exit jetzt haben wir die zwei da haben wir wieder was ganz anderes schwierig das ganze hier was war da hinten noch die fünf wieder fünf finden wir die sechs alles klar war die nicht irgendwo hier war die nicht irgendwo hier war die nicht irgendwo hier ich brauch erstmal eine andere Farbe damit das aufgeht das ist schon äh da ist ja gleich durch die wand gelaufen ja ich bin tot ne Moment wo ist gespeichert ich soll öfter speichern also was habe ich jetzt die fünf und die sechs ne da ging es nicht lang ich musste dann da runter lang glaube ich da die fünf aufmachen die da töten sechs mit die sechs mitnehmen das haben wir hinten noch auch eine sechs da ist dann rot okay wir haben rot da gehen wir gleich nochmal rein hinten ist nichts mehr naja wo war rot zur Hölle wieder ist das wir leben noch bist du doch gleich die Tür gekommen ok das ist schwierig weil die wollen sie auch nicht so recht an die Musik der Räume halten ja es ist da kann man den Spieler bestimmt auch irgendwas drehen hin und wieder benutze ich die Mine halt doch mal denn wie wieder ist die ganz nützlich gut wieder ein bisschen Gesundheit zum verschwenden das ist die drei aber die drei habe ich ja nicht ich habe jetzt rot war rot da hinten ne da hinten war ja was war da hinten Junge habe ich mir das auch bemerken können da wäre das schon toll ne ne das ist grün mit ein bisschen blau ne das ist auch nichts gutes was haben wir hier noch so das ist überhaupt nichts das ist überhaupt nichts hm das ist überhaupt nichts hm 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 ja 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 das ist natürlich rot was auch da noch was auch da noch ja 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 das ist scheiße erwarten natürlich lieber Spiel warum auch nicht ich warte doch gerne durch einen Sumpf den mir permanent Schaden macht ne 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 den gesundheit hingelegt also springen bringt ja nichts ich nehme mir trotzdem Schaden du bist über dem Gift immer noch tödlich Habe ich die 1 nicht mitgenommen, oder was ist die 2? Oh Gott, nicht wieder einer von den Viechern. 1 Wenn es nur 1 wäre, gut, da ist gelb. Aber gelb mich auch hier vorne gleich. Ah, ich laufe noch mit dem Granatwerfer rum, das ist eine sehr kluge Idee. Es geht doch nichts über einen guten Granatwerfer. So, im Nahkampf. Oh, den großen Waffen mal raus, was heißt großen Waffen? Die etwas austeilenderen Waffen. Ah, da ist grün. War ja easy. Ich habe auch das Gefühl, dass ich wieder so eine Aufladestation versehe. Weil man braucht ja doch recht viel Jetpack, sag ich mal. Ah, hier schon. Hier müsste ich überall gewesen sein. Ah. Wo? Wo? Was ist denn so? Oh, ja. Ja, easy. Läuft doch alles. Oh, ich bin hier die 3. Die habe ich glaube noch nicht. Glaube ich nicht. Ich habe ihn noch nicht. Die Tür geht nicht auf. Vielleicht habe ich sie ja doch schon, aber die Tür ist verpackt. Oh Gott, oh Gott. Wo ist meine Raketenwaffe? Wo ist er? Wo ist das hier? Wo ist das hier? Dann ist das hier? Wo ist die? Äh, warte mal. Wo ist das hier? Ist das hier tot? Ich bin tot. Ah, wie kriegt das hier jetzt? Das muss schon mal nicht, weil so kill ich nur mich selbst. Ah, geht noch. Da haben wir die 1. Wo haben wir der ganze Scheiß noch ist? Da brauche ich die 3, die H3 habe ich noch nicht. Ne, die 3 habe ich noch nicht. 2 habe ich auch nicht. Da war wahrscheinlich die ganzen Viecher, die ich eben angegriffen habe. Da gibt es wenig Sinn. Ich habe ehrlich gesagt mit Schlimmeren gerechnet. Okay, da ist das Exit. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Muss ich irgendwo noch nicht gewesen sein, weil sonst käme ich ja durch alle Türen. Komme ich nicht, also gucken wir mal. Ja. Machen wir eine Nummer größer. Das ist da hinten der Sumpf, aber da war nur noch die Sackgasse. Da war ich ja schon. Da brauche ich denn da jetzt noch was vergessen. Das war wahrscheinlich irgendeine Tür, die ich schon habe. Da ist der Raum gleich mit aufgelegt worden. Ich habe mal die Keycard, ich war noch gleich in dem Raum dran. Das sieht ein bisschen aus wie Geheimwand. Wie geht es denn? Da war ich ja schon. Das war das, was ich. Ja, da war ich ja schon. Da war ich ja schon. Da war ich ja schon. Das war ich echt. Sieht halt aus, als könnte man hier einfach durchlaufen. Kann man aber nicht auf dieser Etage, glaube ich. Aber ich habe doch einen Moment, da unten ist noch was. So, aber das ist ja nur... Da komme ich ja nicht rein, oder? Nee, weil ich habe die drei nicht. Die zwei habe ich auch nicht. Dahinter ist noch der Exit. Da ist dieser Scheiß-Sumpf. Dahinter war die 1. War denn die 1? Deinem Sumpf war ich jetzt überall, oder? Ja. Oder? Na. Mein Treppstoff ist anders. Den muss ich irgendwo auffüllen können, oder? Also sollte man meinen. Da ist irgendwo ein Charger, den ich da nicht sehe. Den bräuchte ich jetzt mal. Weil sonst liegt mir ja fest. Ich meine, man muss ja ganz nach oben kommen. Das su что, gibt es uns ein Scherzmann ist. Da ein Scherzmann hat sich ebenfalls nochmal.